Herzlich Willkommen zurück bei ChaiClone Tests. Ich bin schon wieder da und diesmal geht es um den, in Anführungszeichen, großen Bruder der letztens installierten Lever-ROM. Und das soll sein die originale, in Anführungszeichen, portierte S6 MIUI, beziehungsweise MIUI-ROM. Und bevor wir die installieren, machen wir erstmal Wipe-Data-Factory-Reset. Nochmal bestätigen. So, dann machen wir nochmal bei Advanced, Wipe-Dalwick-Cage. Das ist mir so ein bisschen wundert. Das war in der ROM so, dass die Benachrichtigungs-LED dauernd leuchtete. Es ist komisch, dass sie das jetzt sogar im Clockwork-Mod-Recovery macht. Aber egal. Ich hoffe, das hört gleich auf. Denn die letzte ROM hat zwar recht gut gehalten, trotz der dauernd leuchtenden LED, aber es muss ja nicht unbedingt sein. So. Jetzt machen wir Install Zip from SD Card. Choose Zip from SD Card. Und dann habe ich hier so einige ROMs schon vorbereitet. Die Smart-DV12. Da geht es aber bald schon wieder eine neue. Dann haben wir G-Apps. Hier mit den Root-Super-User und CWM-Super-SU routet man das Handy nach, wenn das Root weg sein sollte. Hier einfach über das Clockwork-Mod. So, hier haben wir mcp-my-ui.zip. Die ist aus dem Manuxo-Forum. Hatte ich ja letztens schon mal erwähnt. So, jetzt machen wir Install. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das kann jetzt natürlich noch ein bisschen dauern. Wenn man meint, da geht nichts mehr. Hier immer so ein bisschen gucken. Hier ist so ein kleiner Balken dahinter, der dann sich mit so einem kleinen grünen Dings... Ja, der fühlt sich dann so grün nach. Das dauert aber mal so ein bisschen. Ich habe schon mal teilweise gedacht, das Handy hat sich aufgehängt. Auch natürlich diese My- bzw. MiUI-ROM ist höchst experimentell. Ich glaube sogar, dass schon von vornherein klar ist, dass die Kameras hier nicht funktionieren. Ich werde da versuchen, ob es hilft, wenn ich die Android 4.3-Camera nachinstalliere. Aber es wird wahrscheinlich nicht helfen, weil der Kameratreiber nicht richtig eingebunden ist. Deshalb wird es die ROM wohl nicht sehr lange machen bei mir. Aber ich möchte einmal kurz durchtesten. Mal sehen, was uns da so erwartet. Denn MiUI ist ja an und für sich ein ziemlich interessantes System. Das ist ja auch jetzt teilweise auf ernstzunehmenden Phones wie dem kommenden Xiaomi Mi 3. oder so heißt das, glaube ich. Und das kommt schon teilweise mit einem Octa-Core zu einem Preis von unter 300 Euro. Mit aber MiUI vorinstalliert. So, fertig. Jetzt gehen wir mal zurück. Und rebooten das System. Es sind auch wohl keine Google-Apps vorinstalliert. Deshalb habe ich die auf Karte kopiert. Und die werden wir dann gleich versuchen nachzuinstallieren, wenn die komplett fehlen. Auch kein Play Store. Die bekommt ihr übrigens auch bei den XDR-Developers. Müsst ihr einfach bei Google suchen, G-Apps Download oder so. Dann findet ihr die. Hier gibt es dafür fast alle Android-Versionen. Müsst ihr natürlich ein bisschen gucken. Dass ihr die für die richtige Android-Version runterladet. Das basiert hier, glaube ich, auf der 4.2.1. Und ich glaube, ab 4.2.2 sind das dann andere G-Apps. Da müsst ihr eine andere Version nehmen. Es sieht leider auch hier so aus, als wenn die Benachrichtigungs-LED permanent an ist. Das sieht doch schon mal irgendwie nett aus hier. Will ich schon sagen. Schön gemacht. Ich tippe mal kurz meine ganz komplett supergeheime PIN ein. Lustiger Ton auch. Byte well stopped. Das tut mir leid. Oh, da wurde irgendwas Chinesisches beendet. Oh, Sprache wählen Deutsch. Ja, guck mal. Clean Master? Hä? Was? Ich äh... Oh, oh. Da wollte ich jetzt irgendeine SMS verschicken. Alter. Das gefällt mir ja gar nicht. Sollte ich vielleicht lieber meine PIN nicht eingeben? Da stand nämlich nirgends, dass er da irgendwelche SMS zustellen will. Gut, dass ich nur eine Prepaid-Karte habe. Ja, jetzt weiß ich hier gar nicht, was ich hier drücken soll. Ich glaube, das war immer rechts. Oh, Router, bla, hu, hu, das ist aber... Äh... Ja, also jetzt haben wir hier Router irgendwas in Chinesisch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einstellen kann. Auf jeden Fall will er jetzt auf jeden Fall für irgendwas Root haben. Will ich aber nicht. Erstmal machen wir hier mal My UI. Zeit einstellen im Netz. Es ist auf jeden Fall schon in Deutsch vorinstalliert. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. 24-Stunden-Format, Datumsformat, in Ordnung. E-Plus. Kontakte von SIM überspringen. Das machen wir per Google. Mobiles Netzwerk oder WLAN. Ja. Gut, dass ich nur noch einen Euro drauf habe auf meiner Prepaid-Karte. Falls er hier irgendwas verschicken will. WLAN einrichten. Netzwerk hinzufügen. Da ist sogar dieser lustige NVRAM-Warning-Blah. Hier ist aber meine. Mein WLAN. Äh... Na, jetzt ist es wieder weg. Muss ich später machen. Fertig. Fertig stellen. Oh, das sieht schön aus. Ist gar nicht mal... Äh... Gar nicht mal in Chinesisch alles. Das sieht sehr schick aus. Jetzt sind also aber einige chinesische Apps vorinstalliert. Wie funktioniert denn das jetzt mit der... Da, da haben wir schon mal die... Oh, die sieht aber ganz anders aus. Die Benachrichtigungsleiste. Äh... Boah... Da eben diese Root-Meldung. WLAN-Netzwerk. Software-Updates. Available. SMS-Content. Jetzt gucken wir mal, was die wollen. Da wird irgendeine SMS nach China schicken. Habe ich so das Gefühl. Nicht schön. Das sollte nicht sein. Hier ist das Musik-Widget. Clean Master. Und hier haben wir die Toggles hier unten. WLAN, GPS, Bluetooth. Übrigens bei der... äh... Letztens installierten Lever-ROM. Wir haben aber nur zwei... Äh... Wie soll ich sagen? Ähm... Ach guck mal, hier unten hat man auch noch, glaube ich, Helligkeit. Oder? Nee. Äh... Hier hat man nur zwei Seiten. Äh... Data, Brightness. Kann man hier nochmal verändern. Dunkel. Mittel. Hell. Automatik. Wollen wir mal Mittel. Ähm... Das hier sind... Ähm... Hier haben wir noch Airplane, Timeout, Rotation, Ring und Hotspot. Also alles, was man so braucht. Hier haben wir sogar Löschen-Button. Weg. Dann gucken wir mal in die Einstellungen. Die sind auch Deutsch. Das überrascht mich jetzt, weil MiUI, MyUI ist normalerweise nur, äh... teilweise Russisch, Chinesisch und im Extremfalle Englisch. Akku-Prozentsatz muss immer sein, sonst saugt das. Äh... Äh... Smart Motion, Display, Hintergrund kann man wählen, Holiday Wallpaper, Display automatisch drehen, Thema. Das sieht, äh... Äh... chinesischen, äh... äh... SMS-Versuch zu schicken, oder so. Ähm... Massiv. Dass das auch hier wieder diesen Memory-Bug hat, von der Leva-ROM. Sieht aber nach dem normalen App-Draw aus. von Android. Äh... Äh... Was, äh... mir jetzt so ein bisschen... Ach ja, das ist ja, glaube ich, die MiUI-Eigenschaft, die auch teilweise bei, ähm... äh... Huawei-Geräten zu finden ist. Äh... Die Apps, die vorinstalliert sind, sind schon hier auf dem Lock-Screen. Und, äh... Ansonsten... Findet man nichts. Das kann man natürlich, äh... Oder ist der vielleicht hier irgendwo... Ne, das sind, äh... System-Tools. Uhr, Sound-Recorder, Download-System-Update. Mobil-Geräte. Ähm... Galerie, mal sehen, welche das ist. Das ist die normale, äh... Android-Galerie, finde ich, ein bisschen angenehmer als die letzte. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine Pornobilder gehabt oder so. Kalender dürfte eventuell... Nö, ist auch ein Deutscher. Hat ja irgendeiner schon ganz schön dran rumgebaut. Ähm... Notes, Dateimanager, Videoplayer, irgendeine chinesische Baidu-App oder so. Immerhin ist ein Dateimanager vorinstalliert. Dann, äh... Anziehe irgendeinen App-Store. Na hier, dieser chinesische, äh... Route-Manager. Ich denke mal, das Ding ist vorgeroutet. Und statt Super-SU ist dieser komische Route-Manager da drauf. Äh... Den muss ich aber ganz dringend wieder runterfeuern. Und, äh... Dann, äh... Da installiere ich gleich den, äh... Über Clockwork-Mod den Super-SU. So, äh... Sonst sieht das ja schon mal ganz nett aus. Kann man hier sonst noch... Also, hier gibt es auf jeden Fall überhaupt gar keine Toggle-Seite, äh... Ähm... Mit diesen Groß-Toggle-Seiten wie bei Android 4.1 oder 4.2. Sondern nur, äh... Diese zwar recht schick aussehende, aber, äh... Halt, ähm... Gewöhnungsbedürftige, möchte ich mal sagen. Ähm... Seite zum Runterziehen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich fahre das Gerät jetzt mal nochmal runter und flash. Versuche mal, die, äh... Die Google-Apps drauf zu flashen. Und, äh... Ähm... Einen anderen, äh... Route-Manager. So. Jetzt gehen wir mal in den Clockwork-Mod. So, dann machen wir... Install Zip from SD-Card. Was ist eigentlich Zip from Sideload? Ich habe keine Ahnung. Choose Zip from SD-Card. Dann nehmen wir hier... Die G-Apps Jellybean vom 12.08.2003. Oh, jetzt steht, die sind für 4.22. Ich hoffe, die funktionieren so. Weil hier ist, glaube ich, nur 4.21 drauf. Ist auf jeden Fall fertig. Mal gucken. Viel kaputt machen kann ich ja nicht. So, jetzt machen wir nochmal Choose from SD-Card. Und installieren den Super-SU nach. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und rebooten die ganze Nummer. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht doch was anderes ist, dass MyUI und MiUI jetzt vielleicht doch noch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. So gut, kenne ich mich leider auch nicht damit aus. Aber das sieht an und für sich jetzt so schlecht nicht aus. Wenn jetzt nicht diese erschreckende Nummer gewesen wäre, jetzt auch mit der leuchtenden LED. Und dass sich da jetzt versucht hat, irgendwas chinesische SMS zu verschicken. Das ist auf jeden Fall schon mal der Lockscreen hier. Kann man also einmal entsperren, einmal Kamera. Ups, erstmal PIN-Code eingeben. Komisch, das ist ein anderer PIN-Code. Google Text zur Sprache wurde schon mal beendet. Dann Standortfreigabe. Lernen wir mal erstmal ab. Komisch, jetzt haben wir auch den Google Apps Willkommen Screen. Google Plus wurde beendet. Halt. Halt. Data erstmal ausmachen hier. Der wird schon mal irgendwas downloaden. Äh, alter Herr. Ich muss gleich mal, wenn überhaupt. Das machen wir erstmal alles. Wenn wir erstmal alles beenden hier. Geht gar nicht. Also irgendwie, ähm, will sich das jetzt zwangsweise einwählen. Ich habe aber noch kein, äh, WLAN eingegeben. Und irgendwas will sich jetzt auch hier runterladen. Ich werde jetzt mal erstmal, ich habe ja soweit das meiste von der, rum, äh, jetzt so gezeigt, was so dabei ist. Ähm, ich werde jetzt mal versuchen, ob ich die Google Apps, äh, in den Griff kriege. Ansonsten werde ich die wohl nochmal, äh, entfernen müssen und versuchen müssen, die von 4.2.1 zu installieren. Da muss ich nochmal einen, äh, kompletten, äh, ähm, Wipe machen, damit die wieder weg sind. Und, äh, ich werde mal gucken, inwieweit ich das, äh, Ding hier so in den Griff kriege. Dann lasse ich das mal ein, zwei Tage laufen. Und, äh, werde dann natürlich wie immer ein kleines Review bringen. Und dann schauen wir mal, was so an ROMs sonst noch so rumliegt und was man dann testen kann. Ähm, ich hoffe, ihr wart nicht allzu erschüttert hier von der ROM. Ähm, ich konnte euch hoffentlich ein bisschen was zeigen. Und, äh, sehe euch hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin freue ich mich, euch wiederzusehen und macht's gut. So, ich muss jetzt leider schon mal, ähm, das, äh, My UI ROM, äh, abschließen. Denn, ich habe es zwar geschafft, ähm, die Google Apps, beziehungsweise wenigstens den Play Store funktionierend nachzuinstallieren von, äh, als, äh, Clockwork Mods. Und, äh, und der funktioniert auch soweit. Und, äh, auch die, äh, WLAN-Verbindung trotz dieses Errors, ähm, wenn man nah genug am Router ist, funktioniert sie irgendwann. Ja, da erschien er jetzt irgendwann. Das Hauptproblem ist, hier war so ein, äh, chinesischer Root-Manager drauf. Da konnte ich natürlich aufgrund der chinesischen Schriftzeichen nicht erkennen, womit gebe ich Root frei. Und, ähm, womit nicht. Und, oh, jetzt bin ich sogar in den, äh, Seitenmanager hier gekommen. Wie ging das denn doppelt klicken? Ah, schnell ziehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ich, äh, hab den dann, ähm, deaktiviert in den, äh, App-Einstellungen. Und, äh, na, was ist denn jetzt los? Komplett abgestürzt. Ne. Und dann habe ich mir, äh, SuperSU installiert. Ähm, der funktioniert aber, äh, genauso wenig wie, äh, SuperUser. Ähm, der sagt mir dann immer, die, äh, Binarys würden nicht funktionieren. Ich kriege irgendwie kein Root hin. Äh, das ist jetzt für mich ein, äh, relativ großes Problem, da ich so mein Titanium-Backup nicht benutzen kann. Und, ähm, ich werde das Teil jetzt erstmal wieder runterschmeißen. Und vorübergehend mal die Fluffy V12 drauf tun. Bis hier von, äh, eine einigermaßen funktionierende Version rausgekommen ist. Das sieht auf jeden Fall so schon mal recht vielversprechend aus. Es ist zwar nicht alles komplett, ähm, in, äh, Deutsch übersetzt, aber schon so einiges. Das finde ich ganz gut. Weil von MIUI selbst ist eigentlich, ähm, ähm, keine Multilanguage-Version soweit bekannt. Soweit ich weiß. Ähm, hier kann man auch, äh, direkt ins App-Management derzeit auch richtig an. Ein Gigabyte Hauptspeicher. Und, äh, eigentlich hat das schon mal so, ist das eine recht vielversprechende Basis. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis hier das Ganze auch, ähm, richtig funktionieren wird. Hier auch dieses schöne, äh, Widget ist leider nur, äh, mit chinesischen, äh, Städten verfügbar. Dann diese ganzen, äh, chinesischen Apps hier sind auch ziemlich gruselig. Weiß man nicht, was die machen. Da sollte dann ja auch erst mal das Schlimmste von weg sein. Werden wir sehen. Auf jeden Fall werde ich das Ganze, falls es ein bisschen besser geworden ist, noch mal testen. Ansonsten schließe ich das jetzt hier erst mal ab. Ähm, wie gesagt, hoffe, dass euch das, äh, erst mal weitergeholfen hat. Und, ähm, dann werden wir mal sehen, wenn das Spiel demnächst mal besser funktioniert. Bis dahin. Macht's gut. Und, ähm, dann werden wir mal sehen.